Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den Predictions am fünften Spieltag der Regionalliga Bayern für die Saison 20, 24, 25 Predictions. Los geht's heute um 18.15 Uhr. Spielvereinigung Arnsbach 09 unterlegt DJK Filzing 1 zu 2. Dann um 19.00 Uhr TSV Elatissen und TSV Hochbach spielen 1 zu 1 unentschieden. Dann FC Bayern München 2 gegen Viktoria Schaffenburg. Das Ganze geht 3 zu 1 aus für den FC Bayern München 2. Herzlichen Glückwunsch. Dann Spielvereinigung Bayreuth unterlegt Ersthefte Spanfuss 05 1 zu 3. Wackerburghausen und FC Augsburg 2 trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Dann morgen um 14.00 Uhr die Gütze München unterlegt Spielvereinigung Frankhofen-Hähling 1 zu 2. Spielvereinigung Reuter Fürth 2 schlägt FC Eintracht Bamberg 2010 2 zu 1. TSV Schwaben Augsburg unterlegt TSV Augsstadt 1 zu 2. Und am 7.9. um 18.30 Uhr gegen den DFB-Pokal erste Runde soweit nach hinten gelegt. FC Würzburger Kickers unterlegt Ersthefte Nürnberg 2 zu 2 zu 5. So das war's vom fünften Spieltag mit den Predictions der Regionalliga Bayern für die Saison 20. 24, 20, 25 Predictions Soweit euch das wieder gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst hier keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann, guter Kick, Servus!